hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play und zwar let's play skyrim ja so wie angekündigt wollte ich ein weiteres let's play anfangen und das ist skyrim habe ich auch schon erwähnt und da bald also in einem monat ungefähr ja das dlc für den pc rauskommen und zwar down guard wenn das richtig ausgesprochen ist und das wollte ich auch unbedingt let's play und vorher wollte ich auf jeden fall aber mal hier mit euch also hier steht jetzt nicht fortfahren weil ich habe das alles gelöscht beziehungsweise kopiert und dann die ganzen den ganzen ordner gelöscht ja und dann würde sagen fangen wir an neues spiel starten ja und die schriftrollen erzählen von dunklen schwingen in der kälte die sich dann entfalten wenn bruder zwist zum kriege führt alduin königsgeisel wird befreit schatten der verkommenheit auch weiter kam ich nicht das führen von zwei oder zweihändigen waffen zweihändigen waffen verspricht zwar die chance auf doppelten schaden macht aber auch jegliches blocken unmöglich wenn ein seelenstein eine seele enthält kannst du damit eine magische waffe oder rüstung erschaffen und aufladen umhüllungszauber umgeben den zaubernden mit einer gefährlichen aura die jeden verletzt der zu nahe kommt ein schöner trache mit einem pfeil markierte inventar gegenstände sind höchstwahrscheinlich effektiver als dein momentan ausgerüstet himmelsranzwölfe sind ungezähmt ungezähmte wilde bestien die in rudeln ja auf jede nur erdenkliche beute machen ob tier oder mensch gegen angriffe stoßen gegner zurück mit dem richtigen zeitlichen ablauf können mächtige angriffe unterbrochen werden alle gifte die auf ausgerüsteten waffen aufgetragen wurden sind beim nächsten treffen ja du kannst einen geladenen zauber abbrechen indem du deine hände weg steckst oder senkst ja und was ich auch sagen war also ich habe das spiel jetzt eigentlich fast komplett durchgespielt wirklich ein paar nebenquests habe ich auch muss ich nur noch machen und ja also ich was mich da nur enttäuscht hat dass die ähm der haupt quest so kurz machen das war echt schade einfach nur schade aber an sonnen richtig schön gemacht und jetzt höre ich mal auf zu reden der haupt quest bachesta game studio presen der alderscross 5 Und wir warten auf eine Kutsche. Die Grenze überqueren, richtig. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmittel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Sturmmantel. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach anderen. Aber die Kraft ist echt Hammer gegen Oblivion. Wir da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe dahinten! Und was stimmt mit dem? Hm? Passt auf, ihr seid. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jahre von Windellen? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Mann, ist das hier steil. Das kann nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Holmstadt. Ich komme... Ich komme aus Holmstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Scharf. Scharf. Macher. Ibella. Künaret. Akatosh. Ihr Göttlichen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmorden. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Der Henker. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Veload immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Oh, keine. Nein, wartet. Wir sind keine Rebellen. Den Himmel. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Ich auch nicht. Lieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel. Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Rahlhoff von Flusswald. Lobt ihr von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht in den Rorikstad. Und jetzt? Achtung. Will sonst noch jemand fliehen? Ewisch. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Okay. Was wollt ich? Hm. Okay, was sind wir? Ork sind wir mal nicht. Ne. Rotwerdone. Hm. Weiß ich. Ja. Wen sollen wir sein? Kajit. Hochelf. Dunkelelf. Triton. Oder Agon. Hm. Wen sollen wir nehmen? Dunkelelf. Also in meinem Spielstand hatte ich Nord genommen. Aber jetzt würde ich ja mal einen anderen nehmen. Dunkelelf. Die in Morowind beheimerten Dunkelelfen auch oder auch Dunenmeer verfügen über bemerkenswerte Schleich und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraftzorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgehen. Hm. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Bretone. Zusätzlich zu ihrem schnellen und schärfsinnigen Verständnis der Zauberkunst trüben sie selbst die einfachsten Bretonen von hochfalls ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Und Agonia. Diese Reptilienwesen optimal an das heimtücklichste Impfgebiet der Schwarzmarsch angepasst. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilender Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Mhm. Dann Hochelf, die in ihrer Heimat der Sumset-Inseln auch unter dem Namen Altmeer bekannten Hochelfen sind das begabteste Volk in den Arkankünsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magie gar schnell zu regenerieren. Kaiserliche. Die Einwohner von Zirudil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Geldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Sie stammen aus der Provinz Elsweir. Sie sind intelligent, schnell und behendet. Behendet? Ja. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Kaisers können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Clown-Angriffe. Nord, die hatte ich halt ja bei meinen Spielchen benutzt, äh, gespielt. Ja, die Bürger von Himmelsrand sind große blonde Menschen. Die Nord sind stark safe und für ihre Kälte und Empfindlichkeit und ihre Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Als Bewohner der Frutgaro, äh, wie Frutgarianischen und der Drachenschwanz Berge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Rot-Wardon Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rot-Wardon aus Hammerfell. Sie sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Und zuletzt Waldelf. Der Volk stammt aus den Wäldern des westlichen Wallen.